Deine Meinung über unser Bulgarien-Tor? Das war eine richtig schöne Abenteuertour. Es war alles gerade, so konntest du die Augen Gottes sehen. Hier dieser Park ist alles gerade zu besehen. Also das ist ein Abenteuer für mich. Es ist schön hier. Es ist ein wunderschönes Land. Die Natur ist fantastisch. Es ist wunderbar, frei. Die Menschen sind sehr, sehr nett. Und ja. Essen? Ach, viel zu viel essen. Vier Gänge-Menüs, viel zu viel. Es ist einfach, ja, es ist lebenswert. Es ist wieder mal das, was man, wenn man Natur liebt, ist man hier richtig gut aufgehoben. Melissa, warum sollen die Menschen Bulgarien besuchen? Oh, weil es so schön ist. Das ist ja unglaublich, was hier passiert. Also das ist ja Natur pur, Freiheit und die Menschen, der Empfang, ist alles einfach wunderbar. Sollte man einfach kommen. Sehr interessant. Lohnt sich auf jeden Fall, sich anzugucken. Ich bin begeistert. Danke. Wie fandest du die Bulgarien-Tour? Sehr gut, weil ich habe viele Informationen gesehen hier. Ich habe jetzt einen Eindruck, von was es hier geht mit den Investitionen. Ich werde in Bulgarien ein Haus haben oder Grundstücke haben. Ich habe jetzt gerade mit Menschen geredet. Ich sehe ein bisschen was von diesem Land, das noch so versteckt ist in Bulgarien und es sich einfach entwickeln wird. Es ist schön hier. Leute, schaut es euch an. Ihr habt Informationen hier. Ihr seht alles, was ihr als Investoren in Bulgarien braucht. Habt ihr schon so ein Restaurant gesehen? Larissa, wie hast du das gefunden? Sehr interessant. Man geht und entdeckt einfach unglaubliche Sachen. Aber guckt euch das mal an. Das muss ja ein berühmter sein, dieser Herr, der da oben abgezeichnet ist. Das ist Herr der Ringe. Wir sind mitten im Park spazieren gegangen. Dann kommen wir auf so ein kleines, kuscheliges Haus. Und hier werden wir jetzt mal Tee trinken. Ach, was schön. Wie ist denn, warum ist Bulgarien sehr schön? Bulgarien ist, weil es meine Familie ist. Das ist meine Familie. Ich liebe Bulgarien. Du bist hier? Ja. Vielen Dank. Tschau. Danke. Guten Appetit! Peace!